Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 46. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder mal zu einem, ja ich würde mal schon sagen, ganz interessanten Thema. Heute bei mir im Studio Andrea Käpplinger, Klinische und Gesundheitspsychologin und Sportpsychologin. Und das heutige Thema der Sendung lautet Sportpsychologie, Leistungsoptimierung im Spitzen- und im Breitensport. Ja, fein Angie, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank Markus für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute Abend da bei dir sein darf. Ja, meine Damen und Herren, dass Sie sich wieder ein bisschen ein Bild machen können von der Angie. Okay, wieder wie Sie es gewohnt sind, der existenzielle Steckbrief. Und vielleicht vorab, es ist heute eine Live-Sendung. Das heißt, also scheuen Sie sich nicht, bitte rufen Sie an, da im Studio. Ich lese Ihnen gerne nochmal die Telefonnummer vor. Das wäre 0,512, 56, 02, 91, 11. Noch einmal 0,512, 56, 02, 91, 11. Und dann kommen Sie live ins Studio. Also scheuen Sie sich nicht, bitte rufen Sie an und stellen Sie Ihre Fragen. Wenn irgendwas da dabei ist, wo Sie sagen, hey bitte, diskutiert Sie darüber oder ich würde gerne das oder das andere anmerken. Bitte gerne. Egal, sage ich jetzt einmal, ob Sie Sportler sind oder nicht. Oder die Sendung, Angie, ist nicht nur für Sportler. Eltern, Vereinsobmänner, Trainer, Freundinnen. Leih her damit, für alle Fragen offen. Ja, fein, fein. Angie, was fällt Ihnen ein zu geboren? Geboren. Durch das, dass ich ja andere Sendungen von dir schon angehört habe, habe ich mir schon den ein oder anderen Gedanken dazu machen können. Und sage zu geboren, geboren im September 85. Okay. Als drittes Mädel in einem Vier-Mädel-Haus. Okay. Unsere Mama sagt immer, wir sind ja Kleeblatt. Und ich sage auch mal, lustigerweise, ich bin das Sandwich. Das Sandwich. Ganz genau. Geboren im Oberland, in Enpichl bei Reute. Und aufgewachsen in Tarrenz. Das ist ein kleiner Vorort mit ca. 3000 Einwohnern. Ca. 5 Kilometer von Imst entfernt im Oberland. Was fällt dir denn so generell ein, zu aufgewachsen? Es war nicht immer leicht, wie gesagt, mit drei Schwestern. Also man hat sich wirklich auch den Platz erkämpfen müssen. Und so haben sich halt die Persönlichkeiten natürlich entwickelt und zusammen herangereift. Aber es war eine unglaublich schöne Jugend und Kindheit. Wir sind viel in Urlaub gefahren mit unseren Eltern. Okay. Von Sizilien sechs Wochen mit dem Campingwagen bis hin zu Kroatien haben wir wirklich alles erlebt. Und durch das, dass ich ja in einem Vier-Mädel-Haus graus geworden bin, hat es mir dann schon in jungen Jahren zu den Jungs gezogen. Das heißt, ich habe mit den jungen Buben in der Ortschaft, in der ich aufgewachsen bin, war ich immer außen. Das heißt, wir haben recht viel erlebt. Wir haben Staudäme gebaut, sind auf Bäume geraxelt. Also es hat sich prinzipiell wirklich die ganze Kindheit in der Natur abgespielt. Und das Schlimmste war dann natürlich, wie bei jedem Kind, wenn es, was weiß ich, 8 Uhr auf Nacht ist. Und die Mama ruft einen Namen und dann zählt halt wirklich jede Minute. Weil man ja noch draußen bleiben möchte. Du, nachher ist das auch, so wie du sagst, diese Natur, das Spielen draussen, das ist so das Zentrale von deiner Kindheit, oder? Was dir jetzt so in Erinnerung ist? Auf alle Fälle, ja. Okay. Das heißt, dieses Bewegen in der Natur, ist das auch das, was dich irgendwie zum Sport gebracht hat? Oder ist das was anderes? Es hat mir immer schon einen gewissen Ausgleich gegeben. Und den Ausgleich in der Natur und den Sport, den suche ich jetzt natürlich auch, wenn ich recht viel arbeite. Dann ist auch das Hauptaugenmerk auf der Natur, auf den Bergen, im Winter Skitour gehen, im Sommer auf den Berg gehen. Und das ist einfach der Ausgleich zum Beruf. Und ich würde sagen, das hat mich schon mein ganzes Leben lang natürlich schon begleitet. Du und von, so da quasi danach, von der Kindheit bis jetzt, was waren da noch so zentrale Momente, wo du sagst, wesentlich, dass du jetzt da bist? Wesentlich, dass ich da bin, war vielleicht immer der Glaube an mich selber. Also, ich bin dann mit elf gleich ins Gymnasium gegangen, hab dann auch die ein oder andere Sportart ausprobiert, hab dann durch Zufall eher mein Studium begonnen. Wir waren 19 in der Klasse und alle 19 haben zu studieren begonnen. Und ich hab ungefähr zwei Wochen, bevor die Uni angefangen hat, mit einer Kollegin gesprochen und sie hat gesagt, ja, ich studiere Psychologie, was machst denn du? Dann hab ich mir gedacht, ja, ich weiß es eigentlich noch nicht. Ja, ich probiere das jetzt auch einmal, weil ich bin schon recht sozial aufgewachsen. Meine Mama ist auch bei den helfenden Händen und war auch Vizebürgermeisterin. Und so hat mich das eigentlich auch ein Leben lang begleitet. Und ich hab mir gedacht, ja, ich probiere das, wenn es jetzt wirklich nichts sein sollte. Man weiß ja nicht, wie der Unialltag abläuft, ob das wirklich nach der Schule die Richtung ist, in die man gehen möchte. Ich probiere es aus. Und das hat von Anfang an gepasst. Und dann hab ich gleich gewusst, das mag ich machen und in die Richtung soll es gehen. Und zur Sportpsychologie bin ich schon recht früh gekommen. Schon im ersten Semester haben wir eine Einführungslehrveranstaltung gehabt, bei der viele verschiedene Psychologen aus verschiedenen Sparten referiert haben. Das heißt, jede Woche war ein anderer Professor. Einmal einer aus der Umweltpsychologie, aus der klinischen Psychologie. Arbeitspsychologen waren vertreten. Und gleich einmal zu Beginn war dann auch der Dr. Christopher Willis, ein Sportpsychologe. Ich würde jetzt auch sagen, der hat mich wirklich in den Bereich gebracht. Und hallo Chris, falls du zuhörst, möchte ich sehr herzlich grüßen. Und ich würde schon sagen, da habe ich gleich gewusst, das will ich machen. Und nach der Lehrveranstaltung bin ich dann gleich heim in die Wohnung, habe die Ausbildung zur Sportpsychologie ausgesucht, wohlgemerkt noch im ersten Semester. Und habe das am Computer unter meine Ausbildung, mein zukünftiger Beruf abgespeichert. Im ersten Semester. Im ersten Semester. Und die Ausbildung wird man ja erst zugelassen, wenn man wirklich fertiger Psychologe ist. Das heißt, die Uni absolviert hat. Und da muss man natürlich auch erst zugelassen werden. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Das heißt, quasi acht Semester später. Zehn Semester später. Zehn Semester später, genau. Ganz genau. Und so habe ich das Ziel in mir vor Augen gehabt und habe dann während der Studienzeit im Fitnessstudio ein bisschen gejobbt. Und dann habe ich die Ausbildung zum Raftguide gemacht im Oberland. Dadurch bin ich ja zu meiner Diplomarbeit gekommen, die ja schon ein recht zentrales Themengebiet war. Auch in der Arbeit, die ich jetzt mache. Da ist es auch um Mentaltraining in Extremsportarten gegangen. Am Beispiel Rafting und Cannoning und damit speziell im Hauptaugenmerk auf posttraumatischen Belastungsstörungen, wenn jetzt der ein oder andere Unfall natürlich passiert, wenn man da vorangehen könnte. Und direkt nach dem Uniabschluss habe ich dann ein Motivationsschreiben an den Chris geschickt und bin dann unter den 20 Auserwählten, sagen wir mal so, gelandet und habe dann gleich mit der Ausbildung angefangen. Wow. Meine Damen und Herren, Sie hören also, eine Expertin, die nicht nur darüber redet, sondern die das schon auch live mitgemacht hat, oder? Wenn ich so mithöre, so Raftguide und so weiter. Also das heißt, da hast du dann viel, viel gemacht, oder? Da warst du mit Haut und Haar auch dabei, ja? Ganz genau, ja. Also nicht nur angelerntes Wissen, sondern eigentlich aus dem Leben. Also die ein oder andere Höhe mit den Guides, aber natürlich auch Tiefe, wenn Unfälle passieren und man dann mit den Athleten darüber spricht, wirklich live mit Haut und mit Haaren miterlebt. Okay. Und ist das das, was du auch gern machst dann, wo du gesagt hast, so das Draußensein, das Abschalten, das Sport, so deine Arbeit, oder gibt es da auch noch so eine andere Seite, wo du sagst, okay, das mache ich schon auch gern? Ja, das Reisen. Das Reisen. Ja, ganz genau. Das Reisen gibt mir unglaublich viel. Ich habe schon kurz in den Einführungsworten erklärt, dass wir mit unseren Eltern immer viel unterwegs waren und wirklich in Europa recht viel bereist haben. Und mit 18 haben wir dann gestartet. Ich habe das Glück, dass ich einen recht großen und trotzdem engen Freundeskreis habe. Und wir reisen alle gern. Und dann war ich 18 und mit 18 haben wir dann entschlossen, dass wir uns Florida anschauen. Ein paar Jahre später dann auch Kalifornien, über Thailand, Malaysia bis hin zu Neuseeland. Da haben wir mal drei Mädels einen Roadtrip gewagt mit einem Campingbus zur Nord- und zur Südinsel und haben dann noch eine Bekannte, also eine Freundin von mir besucht, die da drunten geheiratet hat. Und letztes Jahr war ich in Afrika und ich erzähle sehr oft davon, weil das war eine wirklich der prägendsten Reisen. Der Urkontinent schlechthin unglaublich. Und da haben wir auch einen Roadtrip, einen Zelt-Roadtrip gestartet durch Zimbabwe und Zambia und dann noch eine Selbstfahrertour von der Gardenwood bis nach Kapstadt. Und es war einfach total lässig. Von der Safari, wenn wirklich jagende Löwen, da sieht man jeden Muskel und es ist unglaublich spannend. Bis hin zu der, ja die Leute, die sind einfach wirklich ganz anders wie mir. Es mag vielleicht auch an der Sonne liegen, da scheint immer die Sonne, es ist warm. Da durchsteigt natürlich auch der Hormonspiegel dementsprechend. Und ich habe mir kurz überlegt, was ich da dazu sagen sollte. Und auch ein prägendes Ereignis war die Mentalität der Leute. Da war ich selber in so einem kleinen Supermarkt und habe mich dann selber dabei ertappt, wie ich beim Einkaufen was singe und das relativ laut und total euphorisch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was tust du denn da? Tust du jetzt das daheim auch? Ja. Und dann habe ich rund um mich herum geblickt und da hat wirklich jeder gesungen, jeder eine Gaudi gehabt. Und die Lebensqualität ist natürlich schon anders. Und das war wirklich spannend. Und da habe ich natürlich auch den Sport eingebaut, weil ich mir ja schon lange eingebildet habe, den Tafelberg mag ich nicht mit dem Kabelkar erklimmen, sondern zu Fuß gehen. Und dann sind wir von unten bis oben im Tafelberg quasi erstiegen. Wir haben ihn jetzt auch erarbeitet. Und das war total schön und euphorisch. Und eines der Dinge, die ich sicher noch öfter mal Revue passieren lassen werde. Okay. Das ist schön. Du warst dort denn an der Stelle gut für Musik passen? Ist das zum Beispiel das Lied, das du mitgenommen hast von Afrika? Ja, ich habe von Afrika ein Lied mitgebracht. Da merkt man einfach die Lebensqualität und da möchte man eigentlich gar nicht mehr sitzen bleiben, wenn man das hört. Okay. Das glaube ich würde jetzt recht gut passen. Das heißt Umoja, oder? Ganz genau. Okay. Keine Ahnung, was das heißt, aber das heißt sicher, alle Zuhörenden bitte aufstehen und mittanzen. Ja, fein. Vielleicht noch ganz kurz nachgereicht. Was haben wir denn am Anfang gespielt, so zur Einleitung? Das war der Reinhard Fenrich mit I am from Austria. Einfach um den Bezug zur Sportpsychologie herzustellen, zum Thema. Denn dieses Lied haben wir gesungen vor der Weltmeisterschaft, vor der Bob- und Skeletten-Weltmeisterschaft, unmittelbar vor dem Wettkampf. Und das war so ein schönes, euphorisches, stärkendes Gefühl. Da hat man wirklich die Spannung und das Knistern in der Luft gemerkt. Und das war einfach unglaublich schön. Und werde ja in Zukunft mit einigen Athleten sicher noch öfter singen. Ja, schön. Gut. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirat. Heute mit meinem Studiogast Angie Kepplinger, Sportpsychologin, klinische Gesundheitspsychologin. Ja, jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung ein bisschen nachgeschaut. Und mir ist so im Sinn gekommen, dass ja Viktor Frankl, meine Damen und Herren, so fleißige Hörerinnen und Hörer wissen, sodass es ganz zentral mir immer wieder um dieses Konzept der Existenzanalyse und Logotherapie geht, das eben zurückgeht auf einen Wiener Psychiater und Psychotherapeuten, Psychologen, Viktor Frankl. Existenzanalyse und Logotherapie von manken dann auch genannt, und so die dritte große Therapierichtung, Wiener Therapierichtung, neben der Psychoanalyse von Freud, neben der Individualpsychologie von Adler. Das hat zwar Frankl nie gesagt, aber andere haben es gesagt. Und vielleicht dahingehend jetzt so dieser Zusammenhang mit der heutigen Sendung. Frankl war ein leidenschaftlicher Alpinist. Der ist total gern geklettert. Und ich finde es spannend, wie der überhaupt zum Klettern gekommen ist, weil der hat eigentlich irrsinnige Angst vor Höhen gehabt. Und eher so in seiner Natur eigentlich, dass er gesagt hat, okay, vor dem ich am meisten Angst habe, da steckt eigentlich irgendwie auch das größte Potenzial dahinter, wenn ich mich dem stelle. Und so ist er dann so quasi zum Klettern gekommen. Zuerst so ein bisschen kleinere Höhen und dann auch größere Höhen. Es gibt verschiedene Klettersteige, die nach ihm benannt sind. In der RAX zum Beispiel, da sind das Schneeperge in Niederösterreich. Also da sind einige so seine Lieblingsrouten. Anscheinend bei uns auf der Nokia, da oben gibt es auch einen Klettersteig, nach Viktor Frankl benannt. Also er ist total gern klettern gegangen. Und hat dann zum Beispiel geschrieben, Der Alpinist konkurriert und rivalisiert nur mit einem. Das ist er selbst. Er verlangt etwas von sich. Er fordert etwas von sich. Eine Leistung, wo möglich. Aber auch eine Verzichtleistung, wenn nötig. Einem krankmachenden und einem gesunderhaltenden Stress. Und er steht nicht an, den letzteren geradezu, also diesen gesunderhaltenden Stress, als der Salt of Life, also das Salz des Lebens zu bezeichnen. Und ein anderes Mal, als der Spice of Life, also die Würze des Lebens zu bezeichnen. Also ganz spannend. So wirklich das Salz des Lebens und die Würze des Lebens. Und was ich da noch gefunden habe, das habe ich ganz spannend gefunden. Viktor Frankl hat ja in dieser Zeit dann gelebt. Nationalsozialismus, Juden sind verfolgt worden. Viktor Frankl war ja Jude. Ist dann später ins KZ gekommen, hat er leider seine erste Frau und seine Familie dann verloren. Vater und Mutter. Aber in dieser Zeit, bevor er ins Konzentrationslager gekommen ist, also 1938 war das, dann ist Juden sehr viel verboten worden. Heirat, auf den Straßen zu gehen, Straßenbahn benutzen. Also auf die Straßen am Schuh gehen dürfen, aber Straßenbahn nicht benutzen. Dann glaube ich auch Aussprungssperren geben. Und unter anderem ist auch Juden verboten worden zu klettern. Und dann hat es einen Freund gegeben von Viktor Frankl. Der war in der Wehrmacht und hat gesagt, hey Frankl, komm mit, ich weiß, du kletters gern. Komm, wir klettern jetzt. Reiß deinen Judenstein ab und wir gehen jetzt auf die Raks. Und das beschreibt Viktor Frankl als ganz, ganz ein wesentliches Element, um überhaupt durch die Zeit durchzukommen, oder? So wirklich klettern zu gehen und da Kraft zu tanken. Also da haben wir auch nochmal so diese Würze des Lebens oder des Salz des Lebens. Angie, kennst du sowas? In der Tat, wie du das Zitat jetzt vorgelesen hast, sind wir gleich verschiedene Möglichkeiten der Interpretation in den Kopf geschossen. Zum einen die Kontrolle in einer, heutzutage sowieso, nicht mehr so ganz kontrollierbaren Welt. Das heißt, wenn ich mir wirklich ein Ziel setze, darauf hinarbeiten, mich kontrolliere, dann habe ich das in der Hand und niemand anderer. Das ist ganz ein wesentlicher und zentraler Punkt natürlich auch im Bereich des Sports oder in Lifestyle-Dingen wie Diäten zum Beispiel. Wenn ich das für mich selber kontrolliere und mich an ein Ziel gesteckt habe, was ein weiterer Punkt ist, auch der Interpretation, und Hindernisse überwinde, dann steigt natürlich mein Selbstwert unglaublich. Wenn ich mir ein Ziel stecke, das sollte natürlich realistisch sein, das ist ein weiterer Teilpunkt, auch der Sportpsychologie, dass viele zu hochgesteckte Ziele haben und dann alles dafür geben, um das Ziel zu erreichen. Und wenn sie es dann, was ja im Nachhinein logisch ist, weil es zu extrem ist, nicht erreichen, sinkt die Motivation. Und dasselbe mit zu leichten Zielen. Und ich muss fast nichts tun und erreiche das, ja, dann habe ich auch keine Motivation. Das ist auch, um den Bezug zur Sportpsychologie zu sehen, oft interessanter Trainer. Andere Ziele haben wie ihre Teams, also die Mannschaft selber. Und da ist oft die Kommunikation natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Und das Sprechen und Absprechen von Zielen, denn noch gemeinsam ist ja teamstark. Ich meine, der Spruch ist zwar schon ziemlich ein gelubtschter Trops, wenn man so schön sagt, aber trotzdem ganz ein wichtiger Punkt. Und zum Salz des Lebens ist mir dann noch etwas eingefallen. Das sind natürlich sehr hochemotionale Ereignisse. Egal, wenn ich ein Sportler bin, aber ein negatives Ereignis, das prägt mich. Aber auch ein sehr positives Ereignis prägt mich natürlich auch. Und das sind die hochemotionalen Bereiche, die wie das Salz in der Suppe oder das Salz des Lebens natürlich sein. Indem ich mich immer wieder gerne oder auch vielleicht nicht so gerne zurückerinnere. Also die durchbrechen wie so diesen Alltag, oder? Dass ich praktisch einfach denke, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß es nicht, jeder Tag ist gleich verlaufen, oder? Und da haben wir dann so Erlebnisse, die stechen einfach irgendwo raus, oder? Ganz genau, ja. Angie, was geht an der Stelle für ein Lied passen? Hochemotional, da passen, der Eric Clapton mit Leila. Aufgrund der Tatsache, weil vielleicht so Live-Erlebnisse oder Konzerte Gefühle hochleben lassen und Live-Mitschnitte vielleicht genauso wirken und etwas im Mensch und der Person selber bewirken. Darum Eric Clapton mit Leila. Ja, meine Damen und Herren, die heutige 46. Sendung der Sendereihe dreht sich um die Sportpsychologie, Leistungsoptimierung im Spitzen- und Breitensport. Angie Käpplinger ist zu Gast hier bei mir in der Sendung. Und Angie hat zum Beispiel gesagt, so ganz zentral auch in ihrer Kindheit war so dieser Satz, so Glaube an dich selber, ja. Und dazu, so vielleicht erweiternd, weiß ich jetzt nicht, ob das so mit dem, gut an dem andockt, was wir davor gesagt haben, habe ich gefunden von Johann Nepomognes-Treu. Der hat einmal gesagt so, und da hat sich Frankl immer wieder so angelehnt an das so. Jetzt bin ich neugierig, wer stärker ist. Ich oder ich. Geht es nicht um sowas auch immer wieder beim Sport? Auf alle Fälle, das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten und zentralsten Punkte, der Selbstwert eines Athleten. Ich vergleiche das oft im Einzelcoaching mit einem Haus. Und wenn das Haus kein Fundament hat, dann bringt das nichts, wenn ich durch ein Entspannungsverfahren, jetzt im übertragenen Sinne, das doch auf das Haus baue. Das heißt, das Fundament eines jeden Athleten, ja, eigentlich auch eines jeden Menschen, ist natürlich der Selbstwert. Und auch oft im professionellen Sport ist es dann so, gerade diesen Selbstwert verlieren dann viele Athleten, wenn es schwierig wird, wenn sie selbst an sich zweifeln, vielleicht gerade in Verletzungen. Und da ist natürlich auch das professionelle Coaching ein ganz wichtiger Stellenwert und ganz wichtiger Punkt. Du im Coaching heisst, was machst du da? Was ist überhaupt oder was macht überhaupt Sportpsychologie? Sportpsychologie prinzipiell fördert die Leistung eines Athleten, eines Teams, eines Einzelsportlers, eines Trainers, eines Coachingstabes, eines Vereins, bis in die höheren Etagen, um am Tag X wirklich die Leistung erbringen zu können. Und für die vielleicht Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, was das ist, da gibt es verschiedene Bereiche. Das Einzelcoaching, 1 zu 1 Arbeiten mit dem Athleten, in der Off-Season wird das genannt, einmal vielleicht auch Ziele zu erarbeiten, zu überdenken, die letzte Saison Revue passieren zu lassen, was war gut, was war weniger gut, und der zentrale Punkt einer Sportpsychologie ist wirklich die stärken, stärken, ressourcenorientiert arbeiten, den Athleten wirklich auch an den Selbstwert greifbar machen. Und im Einzelcoaching, es geht vom Nachwuchsathlet, ich habe Athleten, die sind zwölfe junge Kletterer, bis hin zu Nationalathleten, werden auch psychoregulative Mechanismen vermittelt, das heißt Entspannungsverfahren, wie kann ich denn überhaupt meinen Körper, den ich ja immer trainiere, und dem vielleicht seltener mal Ruhe bringe, wieder ausruhen lassen, das heißt durch verschiedene Entspannungstechniken oder auch Visualisierungen, das heißt beim Fußball zum Beispiel, wie visualisiere ich denn den perfekten Schuss oder den perfekten Elfmeter, denn das Gehirn lernt ja auch, und wenn ich mir viel im Kopf durchdenke, mit allen Emotionen, mit so vielen Details wie möglich, klappt ja auch dann mein Körper, die Situation, die kenne ich ja, die ist mir ja nicht fremd, und dann rufe ich natürlich das, was ich öfter geübt habe, gleich einmal schneller ab. Und im Bereich des Teamcoachings, des Gruppencoachings gibt es natürlich auch die negativen Dinge wie Konflikte und Kommunikationsförderung, da ist es mir auch schon passiert, dass man am Ende einer Weltmeisterschaft am Flughafen gekocht, und der Trainer war mit der Leistung des Teams nicht gerade ganz einverstanden, hat das nicht richtig kommunizieren und vermitteln können, und war dann... Ah, super, jetzt unterbrichte ich gerade kurz, wir haben gerade ein Telefonat hier in der Sendung, meine Damen und Herren, ich spiele jetzt ganz kurz ein Lied ein, und dann wird der Anrufer eingeblendet, gerade im Moment. Hallo! Hallo! Ja! Sie haben hier in der Sendung angerufen, was möchten Sie denn gerne fragen? Ich wollte eher, wollte ich mich bedanken bei der Sprachpsychologin, die gerade auf Sendung ist. Ja? Weil wir haben jetzt dann doch schon eine etwas längerjährige Zusammenarbeit, und gerade in den vergangenen Wochen hat das alles sehr große Früchte getragen. Ah, schön, schön. Ah, okay. Das heißt, Sie arbeiten mit der Sprachpsychologin schon länger zusammen? Ja, jetzt sind es doch ein paar Jahre mittlerweile. Ja, schön, schön. In was für einem Bereich sind Sie sportlich tätig? Ah, Popfern. Popfern, ah, okay, okay. Ich weiß ja nicht genau, ob ich den Namen nennen darf, bezüglich der Schweigepflicht, aber hallo. Hi. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, aber hi, hi, hi. Ja, schön, schön. Also im Prinzip kann jeder seinen Namen nennen, wenn er will, aber er muss nicht da. Also die Angie haben mir sowieso vorgestellt, also die Angie, die Hörerinnen, wissen Sie eh, dass hier die Angie Käpplinger da ist, und als Sportpsychologin, ja, schön, schön. Können Sie mir vielleicht ein bisschen erklären, was bringt denn Sportpsychologie? Was ist so das, wo Sie sagen, okay, gut, da war es super, dass die Angie da war? Also das sind schon sehr viele Aspekte. Also es fängt bei uns an, durch das es mal Teamsport sein. Ich kann nicht mal, erstens kann ich mal all meine Probleme sorgen, bei der Angie immer abladen. Sie hilft mir, beratet mich, bezüglich dem Team führen, und auch bei Entscheidungen hilft es mir, die zu treffen, schon mal im Sommer auch wieder, beziehungsweise jetzt im Winter kurz vor der Heimwaldmeisterschaft haben wir ein Teambuilding gemacht. Es sind auch sehr viele Aspekte, und ich glaube, da würde ich da eigentlich unruhen, wenn ich da jetzt nur einen außerpicken würde. Ja, wow, gut. Ja, fein, super, dass Sie anrufen, also freut mich total, oder? Ich denke mal, weil da haben wir es so live da, oder? Dass man nicht nur über irgendwas theoretisch Sprechender erinnert, sondern, dass Sie einfach wissen, okay, gut, das hilft was, das ist gut, dass es das Ganze gibt. Ja, schön. Ja, also ich kann nur von meiner Seite, also generell Sportpsychologie sehr empfehlen. Also das ist mit Sicherheit ein wichtiger Grundstock jetzt im Leistungssport, also neben dem Trainerstab, Betreuerstab, also da braucht man mit Sicherheit auch die Sportpsychologie, damit man seine Ziele und seine Träume verfolgen kann. Ja, fein. Ja, dann vielen Dank für den Anruf und alles, alles Gute auch weiterhin noch. Möchtest du auch noch was sagen, Angie? Vielen lieben Dank und wir hören uns und wir sehen uns. Danke für deinen Anruf. Ciao. Ciao. Ja, schön, schön. Einer der wenigen Hörer, Hörerinnen hier im Studio, die sich getraut haben, praktisch anzurufen. Schön, schön. Spannend, ja, es freut mich sehr und das ist natürlich auch ein positives Feedback. Ich meine, als Psychologe ist man natürlich für die Athleten da, wenn es ihnen gut geht. Das freut einen natürlich umso mehr, aber dann natürlich auch, wenn es einem nicht so gut geht. Das vielleicht, gerade wenn es auch um Weltmeisterschaften geht oder um Athleten, die wirklich vor heimischem Publikum auftreten und dann auch die Medien vertreten sein. Ich meine, es ist immer schön, wenn die Medien viel schreiben und dir das Zuckerbrot anbieten und du der Star bist. Aber wenn es dann einmal nicht so läuft, dann sind es halt oft die Ersten, die dann aufschreien und dann wirklich sagen, was ist denn da los. Und da ist es auch für die Athleten wichtig, dass sie eine Vertrauensperson haben, die sie über mehrere Jahre begleitet, um wirklich da zu sein, in Höhen wie in Tiefen. Und dann kann man natürlich den Erfolg umso mehr auskosten. Und ich freue mich wirklich, dass der Athlet angerufen hat. Also grüß dich nochmal. Ja, schön, schön, ganz schön. Gibt es so etwas, weiß ich nicht, wo du sagst, okay, das war, du hast ja sicher Unmengen von Erlebnissen gehabt, oder, so in der Sprachpsychologie. Aber gibt es so etwas, was da vielleicht jetzt so gerade zackt dann spontan einfällt, dass es irgendwas, was ausersticht? Ja. Letztes Jahr, also ich betreue ja auch das Damen-Eishocker-Nationalteam, das darf ich sagen, weil ich da offiziell auf der Homepage aufscheine. Und sie haben eine Reihe von vierten Plätzen jetzt immer gehabt, bei der Weltmeisterschaft. Sie sind auf, jetzt hoffe ich sage nichts Falsches, aber 10. in der Weltrangliste. Das heißt, bei der Weltmeisterschaft, auch in der zweiten Division. Und letztes Jahr haben sie die Damen geschafft, dass sie die Silberne heimfahren. Und wir haben wirklich seit Jahren daran gearbeitet, und es hat halt nicht geklappt. Und durch viel Fleiß und Teamzusammenhalt haben sie es einfach geschafft. Und das war so ein schöner Moment da. Da haben dann so viele gebläht, und wir sind dann auch die Tränen runtergekullert. Und das war einfach ein total schöner und ergreifender Moment. Und stärkt das Team natürlich umso mehr. Und das Team besteht ja nicht nur aus den Athleten oder Athletinnen selber, sondern da sind ja Unmengen von Leuten, an Staff, an Betreuern, die sich wirklich über Jahre im Weg betreuen. Und gerade das, wenn man sieht, wie sie sich freuen und wie einmal ein Gefühl des Loslösens. Jetzt ist es endlich passiert, jetzt hat es geklappt, für was wir arbeiten. Das ist unglaublich schön. Und an das wäre ich mir, glaube ich, wenn man Oma so schön sagt, dass man lebt, zurückerinnern. Ja, schön. Du, und ist es dann so, dass es eurer Erfolg ist, oder ist es dann der Erfolg der Athletin, des Athleten, oder der Erfolg des ganzen Team? Wie fühlt es sich denn das an? Ich bin immer sehr neutral. Aber in dem Moment, wenn das wirklich, sagen wir mal, das Tor ist, der Erlösung, wo man dann fix weiß, man hat die Medaille, ist es in erster Linie, von meiner Sicht aus, der Erfolg der Athleten. Und dann, wenn man natürlich darüber reflektiert, auch ein bisschen vom ganzen Gesamts-Tuff, weil dir ja wirklich viel Herzblut in die Sache stecken und auch auf vieles verzichten, um gemeinsam dieses Ziel verfolgen zu können. Du, und wir können uns das vorstellen, du bist hauptsächlich in diesem Bereich tätig, weil du bist ja sowohl klinische Gesundheitspsychologin als auch Sportpsychologin. Machst du das irgendwie Hälfte-Hälfte, oder bist du hauptsächlich in der Sportpsychologie tätig? Nein, ich bin noch als ambulante Familien- und Kinderpsychologin tätig und ungefähr, ja, die Hälfte selbstständige Sportpsychologin. Ich habe eine eigene Praxis in Mils bei Imst und bin circa einmal in der Woche in Innsbruck im Landessportzentrum mit verschiedenen Athleten. Das sind die Einzelcoachings und für die Teams, da sind wir halt dann immer einmal im Monat mit den Teams unterwegs, unterwegs für Vorbereitungscamps, auf Weltmeisterschaften zum Beispiel. Treffen wir uns am 21. März, glaube ich, ist das, wieder für das Vorbereitungscamp der Weltmeisterschaft in Dänemark, am Eishockey. Und dann begleite ich sie wirklich, wenn es drauf ankommt, in der heißen Phase, in der Wettkampffase. Das heißt, bei Weltmeisterschaften, bei Olympia-Qualifikationen, Europameisterschaften war ich auch dabei. Und da ist es natürlich einfach wichtig, dass jemand da ist, wenn es brennt. Ich meine, die Hauptarbeit ist vor dem Wettkampf. Weil der Athlet muss ja wissen, wie er in die Situationen reagiert und wie er sich auch wieder zurückregulieren kann, wenn er zum Beispiel nervös ist. Also ein sehr spannendes und breit gefächertes Spektrum. Ja. Du, und weil wir ja gesagt haben, so vom Titel her, so im Leistungssport und im Breitensport, das heißt jetzt, ich kann mir auch vorstellen, dass so zum einen jetzt Spitzenathleten da zuhören, oder, wenn wir gerade von dem Anhörer jetzt einfach, von dem Zuhörer jetzt einfach einen Mitkrieg haben. Und auf der anderen Seite, dass ja, sage ich jetzt einmal, vielleicht keine Ahnung, ein Vater, eine Mutter zuhört oder dass ein Kind zuhört, oder, und sagt, hey, das war was, das würde mich interessieren. Gibt es da auch irgendwie Zugangsmöglichkeiten? Können die sich bei dir melden? Die können sich auf alle Fälle bei mir melden. Wer vielleicht sich nicht traut, zum Hörer zugreifen kann, unter www.sport-gesundheits-psychologie.at ein E-Mail schreiben oder unter meiner Handynummer 0660-61-321-01 gerne anrufen und um einen guten Ratschlag bitten, denn die neutrale Sicht ist oft wichtig. Genau, meine Damen und Herren, Sie können einfach auf die Homepage von der Sendung gehen, www.sinn-los.at slash sinn-los. Da finden Sie dann auch einfach unter Sendungen, so die heutige Sendung, da steht dann auch der Name vom heutigen Studiogast, da steht dann auch jetzt so, ich sage mal, nächste Woche wird es dann soweit sein, so dieser Link, wo Sie diese Sendung auch nachhören können. Meine Damen und Herren, Sie wissen es ja, diese Sendung wird dann einfach auf der CBA-Datenbank, das ist eine Datenbank für freie Radios, da wird sie verfügbar sein, wird auch unter YouTube verfügbar sein. Das heißt also, gehen Sie noch rein und dann können Sie diese Sendung und auch die vergangenen 45 Sendungen einfach alle noch mal nachhören, vielleicht ist das eine oder das andere Interessante für Sie dabei oder auch in Zukunft vielleicht. Angie, jetzt sind wir ja schon fast am Ende, ein bisschen haben wir schon noch, aber gibt es noch so etwas Zentrales, wo du sagst, das wäre dann noch ganz, ganz wichtig? Auf alle Fälle. Ich halte ja einige Vorträge und bin im Sportgymnasium in der Sporthasch für die Nachwuchsförderung zuständig und da bin ich draufgekommen, dass Geschichten mit Metaphern unglaublich nachwirken. Egal, ob ich 10 bin, 15, ob ich ein versierter Athlet bin, ob ich ein Elternteil bin oder ob ich einfach vielleicht Motivation im Leben brauche, um meine Ziele zu verfolgen und da einen guten Ratschlag brauche, habe ich eine Geschichte mitgenommen und die würde ich den Zuhörern gerne vorlesen. Ja, schön. Der Titel lautet Wettlauf der Frösche. Das Ziel war es, auf den höchsten Punkt eines großen Turms zu gelangen. Es versammelten sich viele andere Frösche, um zuzusehen und ihre Artgenossen anzufeuern. Der Wettlauf begann. In Wirklichkeit glaubte aber keiner von den Zuschauern daran, dass auch nur ein Frosch auf die Spitze des Turmes gelangen könnte. Und alles, was man hörte, waren Sätze wie Die Armen, sie werden es nie schaffen. Die Frösche begannen einer nach dem anderen aufzugeben, außer einem, der weiterhin versuchte, auf die Spitze des Turms zu klettern. Die Zuschauer fuhren vor, zu sagen Die Armen, sie werden es nie schaffen. Und die Frösche gaben sich geschlagen, außer dem einen Dickschädel, der nicht aufgab. Schlussendlich hatten die Frösche ihr Vorhaben abgebrochen. Nur jener Frosch hatte alleine und unter großer Anstrengung die Spitze des Turms erreicht. Einer der anderen Frösche näherte sich ihm, um zu fragen, wie er es geschafft hatte, den Wettlauf zu gewinnen. Da merkten sie, dass er taub war. Wow. Spannender Ausgang von der Geschichte. Ja. Angie, möchtest du zum Schluss noch jemanden grüßen vielleicht? Meine kleinen Nichten, die eigentlich schon schlafen sollten, aber ich glaube vor dem Radio sitzen. Hallo Lorena, Sophia, Valentina und die anderen Mavi, Noah, Anna und Teresa und Elias. Hey, okay, okay. Ja, meine Damen und Herren, sind wir wirklich am Ende von dieser heutigen Sendung angekommen. Ich bin auch wieder ganz begeistert, weil es wirklich eine ganz interessante, ganz spannende Sendung war. Die nächste Sendung wird sein am Donnerstag, dem 7. April. Dann wird zu Gast sein mehrere Personen von Verein Emmaus und der Titel der Sendung wird sein Wege aus der Sucht. Also, falls Sie das Thema interessiert, schalten Sie ein. Was mal zu der Geschichte zuerst noch eingekommen ist, bevor ich gehört habe, der ist taub, ist so das, dass Frank Leimer immer wieder so etwas gesagt hat, wie trotz Macht des Geistes, oder, dass man sich ja nicht alles gefallen lassen muss, weder von sich noch vom anderen, ja, dass man sich auch erheben darf, ja, und ja, also man muss nicht nur taub sein, sondern man kann sich auch hörend dagegen dann zu wehr setzen. Ja, Angie, schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank für die Einladung, es hat mich wahnsinnig gefreut. Meine Damen und Herren, zum Schluss spielen wir noch zwei Lieder, zum einen haben wir uns gar nicht so drauf hoch von, wenn ich es richtig lese, Edward Sharp and The Magic Zeros und Be Yourself von Audioslave. Dann wünschen wir Ihnen noch, wie gesagt, einen ganz sinnvollen Abend. Vielen Dank.